ja was jetzt bitte sie kämpfen für deutschland sie stärken für deutschland ja klar sicher kontrollpunkt bruder ich muss los gibt es nicht ist ja schlecht alter bruder was ist denn los mit euch eine sache ladet nicht kontrollpunkt oder ich brauchte ich aber hey haben wir nicht meine fresse tolle spiel aber ich so was ist das bitte schön lasst mich doch einfach spielen als ob ich die leute so schnell abgeknallt habe dass das kript für die nächste zähne einfach nicht ladet warum nicht ich weiß nicht also verstehe ich nicht so ganz ja gibt es einfach nix hinten alles zu guter als ob hinter mir eine wand ist alter sorry aber das macht keinen spaß ich hab die stage tausend mal jetzt geschafft nur weil irgendwelchen kack nicht geladen wird ey meine fesse hasse ich es wenn die spiele einfach nicht fertig sind meine güte scheiß investoren das kotzt einen so übelst an jetzt es ist nur die schuld der investoren leider natürlich von den von den publisher und so weiter aber die publisher wiederum werden nur gezwungen von den anlegern die aktien gekauft haben von der firma von den von der spielerei et cetera et cetera das ist der einzige grund warum spiele und fertig ankommen weil die sagen jungs ich will so und so viele rendite haben ansonsten sind meine millionen weg fertig aus keinem anderen grund warum man immer noch sagte spiele hersteller oder so meine mit absicht die sind aber nur die opfer wir sind einfach nur die opfer warum wird dann auch gebraucht wird hier auch gar kein kontrollpunkt erreicht naja wurde nur nicht geladen die scheiße wir müssen beide wahlzeichen sichern Perfekt, ich sehe voll viel. Boah, ich sehe nichts, ich hasse es, wenn man nichts sieht. Ja, ohne witzig, ich hasse das wirklich. Ich sehe sie! Alter! Ich sehe sie! 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 männer die eher ihr leben riskieren würden als einen von uns in feindlichen gewässern zurückzulassen nach deutschland hat schon wieder gegen hat gegen japan gespielt in dieser quali oder so keine ahnung auf jeden Fall besiegt Feuer eröffnen auf 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 Ja. 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 Was ist das? Lass im Zeitraum nur noch auf Augen! 1, 3, 4! 9 Uhr! Los! Komm dich! 2, 3, 4! Komm her! Das war ein Treffer! Viele suchen noch! Scheiße! Wir haben hier Licht, aber wir gehen nicht runter! Ich bringe uns möglichst nah ran! Das muss klappen! Letzter Überflug! Gut, Grafikfehler hier! Ich glaube, wir haben alle! Oh ja! Treffer versenkt! Guter Arbeit, Lok! Sie haben einige Leben in Okinawa gerettet! Wir sind hier fertig! Mehr Höhe! Zurück zur Basis! Roger! Wir haben einiges abbekommen, Booth! Bestätigt Hammerhead! Ihr zweites Triebwerk, Quantenberg! Ganz schön! Die Anzeige ist noch nicht im runden Bereich! Sollten wir hinbekommen! Solange wir nicht auf noch mehr Feinde treffen! Oh, Scheiße! Captain, ein Notruf! Die Flotte wurde auf dem Weg nach Okinawa schwer getroffen! Die Luftunterstützung ist zu weit entfernt! Mindestens ein Infanterie-Transportschiff ist bereits gesunken! Okay! Lok! Rumpfluke verschließen! Wir setzen auf dem Wasser auf! Holen wir unsere Männer! INTEht. Wie Tyler, ich bin ganzCommer Yogiler! Auch sonst steht auf dem Wasser in die Wege! Hier ist die MacronMercier house! Störverein! Gar Ob catalyst nicht folgt! Bop chips роз. Nur die Fliffe sind zu immersign. 11 Uhr! Niedrig! 9 Uhr! 3 Uhr! Genauso Riss gemacht! 10 Uhr! Hoch! 11 Uhr! 6 Uhr! Wir sind getrunken! Ihr zweites Kriegwerk ist nur noch ein Feuerball! Schalten Sie zum Aufschalte! Ich versuch's ja! Aber die Steuerung ist hin! Wir sind nicht! Wir sind nicht! Wir stürzen ab! Ich wiederhole! Wir stürzen ab! Ja, dann! Wir haben Hammerhead verloren! Wir sind auf uns alleine gestellt! Okay, Leute! Die Flotte braucht immer noch unsere Hilfe! Will noch jemand aussteigen? Dachte ich mir! Wir gehen in ein heißes Gebiet! Ich will, dass Sie alle bereit und wachsam sind! Heilige Scheiße! Wird das überhaupt jemand überleben? Ich sehe mehrere Opfer im Wasser treiben! Scheiße! Arme Schweine! Hoffentlich sind wir nicht die einzigen, die auf den Notruf reagieren! Wir haben keinen Platz für alle! Wir tun, was wir können! Bring uns runter! Kami Kanzel! Kami Kanzel! Zwei Uhr! Hoch! Das macht Grafik spaß! Was ist das? 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 Wie ist das? Was ist das? Es wird nichts. War das? War das? War das? War das? Was ist das? Sie können nicht mal die Verletzten abtransportieren. Ja, Sir. Verstanden. Ich sage es den Männern. Ich sage es den Männern, ich gehe weiter. Ich sage es den Männern, ich gehe weiter. Ich sage es den Männern. Ich sage es den Männern, ich gehe weiter. Boah, Alter. Ja, habt ihr verdient. Was ist dieses Rucksackladung? Für was ist Rucksackladung? Ich checke das gar nicht. Was ist das? Ich merke schon, meine Verbündeten sind 1 A. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das macht übelst keinen Spaß. Boah, Alter. Boah, Alter, verpisst euch mit deinen Scheißgranaten, Alter. Boah, 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 Alter. wo ist das schlecht diese schweine das so da bin ich hergekommen der ist weg ich habe doch wir müssen diese bunker ausschalten den bunker unschädlich machen ich habe keine money mehr sie kommen die die Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben doch wieder Rucksackladung, das ist ja toll. Erledigen Sie den Job! Naja. Daumen! Andere Seite der Brücke! Okay. Sie kommen näher! Lade her! Die Zagunten. Die Zagunten. Sie sind weg! Sie kommen damit. Sie werden da nicht, die Zagunten setzen. Sie sind weg! Sie sind weg! Das hier Bastard! Er hat mich nicht! Ich kann sie weg. Ich kann sie weg! meine habe ich halts maul meine fresse nicht so hart auf den nerven ganz kurz es macht keinen spaß bei der hitze gerade mal gucken wie viel grad haben wir es überhaupt noch draußen 19 grad draußen aber es ist so eine ekelhafte luft bis zum montag ist die scheiße boah ich kann kotzen weil ich mutter noch mittagsschicht habe das heißt ich baller schön meine draußen schichten bei über 30 grad meine güter bin ich begeistert er wird schon bock nachher klar wir haben jetzt kein internet mehr hier wir können sie flankieren es gibt wege auf beiden seiten mhm Sie kommen leer! Mal aufhören nachzuspawnen, ey! Bruder! Absolut in time! Nee, in time! Sorry, war in time! Jungs, habt ihr noch nie irgendwas von Checkpoints gehört, oder was? Jungs, habt ihr noch nie irgendwas von Checkpoints gehört, oder was? Alter! Langsam macht mich das Spiel sauer! Das ist mein no fucking job, wo ist mein Checkpoint? Alter! Ich baller hier, keine Ahnung, 50 Mann kill ich sofort! Easy going! Und das Spiel sagt mir, was, Checkpoint? Nein! Nichts Checkpoint! Bruder, ich bin so hart in Deckung, verpiss dich mit deinem Kack im Meer! Meine Fresse! Jaaa! Nee, 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 nee! Jaaa! Das war's für heute. links rechts oben unten hier leute ich habe keinen bock mehr spielt leider kein checkpoint das war's ich habe ich habe keine ich habe keine lust sorry könnte mich mal kreuzweise ich habe keinen bock hier ist es keine ahnung 40 grad drin das ding gibt mir keine checkpoints ich kill genug leute dass mir ein checkpoint gibts sorry ist ein tolles spiel spielen wir morgen beziehungsweise später weiter ich hab ich hab jetzt einfach keinen bock mehr mir zu heiß vielen dank fürs zuschauen leute wenn es euch gefallen hat gibt einen daumen nach oben abonniert den kanal aktivierte glocke wird super geil sein klick auf die beschreibung dass man twitch da könnt ihr mich live mal sehen lasst mir ein follow da wäre supi supergeil alles klar ich hab genug